Es geht um Erbisch und Jenasdorf, das ist das zweite Festspiel, das dabei ist, Schlosshaber. Es ist die Realität, dass die Kultur gerade im Systemschlaf ist. Die wird einfach nur wachgehalten in der Intensivstation mit einem Schlauch im Mund und aus. Mehr passiert nicht. Es ist ein Wahnsinn. Und das, was mich wahnsinnig macht, ist, weil einfach das Wort systemrelevant, ich weiß schon, ich freue mich über den Handel, der heute aufgemacht hat. Ich freue mich über alle, die heute wieder mehr verdienen. Auch die Zoos, die offen haben. Aber wenn man dann sieht, dass man weniger wert ist als die Zoos, nämlich die gesamten Mitarbeiter, wir reden davon, über 100.000 Menschen, die jetzt im Moment wirklich seit einem Jahr fast blank dastehen, dann ist das schon sehr komisch. Und die Kultur ist nicht systemunrelevant. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Kultur und Theater, Unterhaltung ist auch der Zustand einer Gesellschaft. Und das ist jetzt total verbaut. Und es tut mir leid, Kunst und Kultur ist halt von all diesen Menschen, die ja das Sagen haben, im Moment sehr stiefmütterlich behandelt. Und es gibt viele Kollegen, die sich wahnsinnig darüber aufregen. Ich errege mich nicht wahnsinnig darüber auf, aber wenn ja bald was passiert, dann wird wirklich was passieren. Und wenn wir noch ein zweites Mal erleben, einen Sommer, in dem nichts stattfindet, überhaupt keine Festivals stattfinden, dann ist das eine Katastrophe. Denn die Menschen werden nicht so auf Anhieb zurückkommen. Man gewöhnt sich daran, dass man etwas nicht hat. Und das dauert sehr, sehr lang, bis man sich wieder daran gewöhnen will. Und deshalb kann ich nur sagen, bitte, bitte, das ist eine Warnung. Und der Bund muss endlich etwas unternehmen. Und ich glaube, es war gar nicht so schwer. Jetzt ist es ja so, dass es dir, wenn ich das so sagen darf, noch besser geht als vielen anderen Künstlern, wenn ich an die Tänzer, Tänzerinnen, Beleuchter etc. denke, wo das Einkommen eh schon viel geringer ist, als viele glauben. Weil manche Menschen glauben ja nur, in der Öffentlichkeit zu stehen oder auf einer Bühne zu stehen, ist gleichzeitig auch Reichtum. Reichtum, ja. Das ist ja nicht der Fall. Aber was kannst du dir vorstellen, unter welchen Voraussetzungen du zum Beispiel mörbisch aufsperren könntest? Nehmen wir an, es würde gehen, dass wir zumindest mit der Hälfte aufmachen dürfen. Wir haben 6200 Zuschauern, mörbisch mit 3100. Da würde das Land noch immer genug draufzahlen. Aber ich weiß, dass Tosco Zil das machen würde, damit die Menschen eine Ablenkung haben. Damit man sich auf etwas freuen kann. Aber man könnte auch dem Bund einmal wirklich sagen, pass auf, es ist so viel, so viele Milliarden sind geflossen. Was ist, wenn wir die 50 Sommerfestivals und Theater retten, in dem der Bund zum Beispiel die Kosten für die Schnelltests nimmt? Wir haben jetzt ein bisschen ausgerechnet, von 3000 Zuschauern nehmen wir an, dass vielleicht 500 bereits getestet sind, mit einem nicht älteren Test, dass 48 Stunden 500 vielleicht geimpft sind oder schon Antikörper haben. 2000 Menschen könnten wir dann noch in drei Stunden schaffen. Das heißt, man könnte wirklich 3000 Leute noch hineinbringen. Und jenes, da auf Eure Kleiner sind nur 700 Zuschauer, da geht das viel einfacher. Aber das ist so teuer, dass sich das natürlich nur die Großen leisten können. Oder aber der Bund greift ein und sagt, okay, wir versuchen jetzt einmal einen Sommer, euch durchzubringen und euch zu helfen. Ja, wobei man muss sagen, es ist ja Kosten-Nutzen-Rechnung auch, weil alle arbeitslos sein würden, nämlich die Künstler und Künstlerinnen, beziehungsweise Beleuchter, das ist ja wahrscheinlich teurer, als wenn man diese Tests macht. Ich weiß nicht, wo man sich jetzt auch vorstellen kann, wir reden jetzt immer nur vom Geld. Wir reden nicht nur vom Geld. Es gibt hier so viele Menschen, nämlich auch Zuschauer, die enttäuscht sind. Ich sehe das jetzt in Mörbisch. West Side Story wird zum zweiten Mal vorbereitet, total vorbereitet. Diese Absage war ein Irrsinn, dieses Wissen, es findet nicht statt. Jetzt schaut es wieder so aus. Das ist, wenn man das so oft erlebt und immer wieder erlebt, ist das wahnsinnig schlecht für die Seele. Und das ist wahnsinnig schlechter für die Psyche. Es raubt auch ein Stück Identität. Na, so ist es. Ich glaube, dass einfach die Kultur und die Theaterlandschaft in diesem Land wirklich ziemlich lang hinten anstammt. Und das ist jetzt kein lauter Schrei. Und ich möchte jetzt auch niemanden wirklich dafür verantwortlich. Ja, verantwortlich ist dieser Virus. Verantwortlich sind halt die Menschen, die noch immer ohne Mund- und Nasenschutz auf die Straße gehen, die noch immer sagen, ich brauche keine Handschuhe. Politiker, die wirklich im Parlament ohne Handschuhe auftreten, nämlich ohne Mundschutz auftreten. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Und das alles löst dann wieder aus, dass Gruppen, jetzt rede ich halt, die Künstler haben schon verstanden, dass sie hinter den Zoos, hinter den Fitness-Centers dran kommen. Das ist eh schon klar. Ja, damit leben wir eh schon. Aber das ist ja nicht die Realität. Aber hat das wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Sie einen Beruf machen aus Leidenschaft und einfach... Danke. Es ist eine Berufung. Und deshalb verdienen diese Menschen auch so wenig. Ich weiß ganz genau, ich habe die ersten 20 Jahre meiner Karriere, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber die ersten 5 Jahre meiner Karriere habe ich Postpackeln gepickt, damit man meinen Beruf leisten konnte. Ich habe am Fließband gearbeitet. Und ich weiß, wie viele heute noch und jetzt so schlimm hinten anstehende Familien haben. Und deshalb, also ich kann im Moment nur helfen, diesen 400 Menschen, die involviert sind in den zwei Festivals, die wir machen. Und Burgenland versucht jetzt wirklich mit aller Kraft, dass das heuer wirklich stattfinden kann. Aber es wird nicht natürlich, wenn von oben, also vom Gesetzgeber nicht das Okay dazu kommt, also wenn wir zum Beispiel weiter 2000 Beschränkungen haben, brauchen wir gar nicht aufsperren, weil dann hat es überhaupt keinen Sinn. Die Kleineren könnten vielleicht aufsperren. Aber ich habe ganz kurz zum Ende noch herausgehört, mit einer Teststrategie, mit einer richtigen, das wäre schon ein Ansatz für dich. Ja, ja. Ich meine, der Bundeskanzler ist ein kultivierter Mensch. Lieber Bundeskanzler, machen Sie einmal was für die Kultur. Ich würde mich freuen.